Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Wir wollen uns heute Gold als einem der Krisenprofiteure zuwenden. Wir wollen dem Chart technisch auf den Grund gehen, inwieweit unsere These des Krisenprofiteurs an der Stelle tatsächlich zutreffend ist. Wenn man sich den Langfristchart des Goldpreises auf monatlicher Basis anschaut, dann haben wir zuletzt ein neues Hoch ausgebildet bei 1.747 Dollar pro Unze. Das entspricht einem neuen 7-Jahres-Hoch, der höchste Stand seit 2013. Das ist technisch schon mal ein sehr gutes Signal. Und auf Dollarbasis liegt hier eine langfristige Bodenbildung vor, verstärkt durch eine Korrekturflagge, die wir nach oben aufgelöst haben. Und das letztere Kursmuster lässt langfristig über den Tellerrand hinaus geblickt sogar einen Anlauf auf das Allzeithoch bei 1.920 Dollar pro Unze aus dem September 2011 erwarten. Regelmäßige Zuschauer bzw. regelmäßige Leser unseres Daily Trading Newsletters kennen diese unsere langfristige Einschätzung. Wer den Newsletter mit unseren technischen Einschätzungen noch nicht abonniert hat, kann das gerne nachholen, kostenfrei unter www.hsbc-zertifikate.de. Wir wollen heute aber noch einen zweiten Schwerpunkt setzen. Wir wollen nämlich uns anschauen, wie sich der Goldpreis aus Sicht eines Euro-Investors darstellt. Wie gestaltet sich das charttechnische Bild des Edelmetalls auf Euro-Basis? Da hat es nicht nur für ein 7-Jahres-Hoch, sondern für ein neues Allzeithoch gereicht, zuletzt 1.606 Euro pro Unze. Und damit, das zeigt dann unser zweiter Chart, haben wir ein wichtiges Etappenziel erreicht. Das ergibt sich aus der 138,2% Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von September 2011 bis Dezember 2013 bei 1.613 Euro. Und diese Marke von 1.600 ist gleichzeitig auch das Kursziel, das kalkulatorische, rechnerische Kursziel, welches sich ergibt aus der am rechten Rand eingezeichneten kleinen Korrekturflagge. Also technisch sicher eine interessante Marke und ein wichtiges Zwischenziel, das hier erreicht wurde. Aber die trendfolgenden Indikatoren im unteren Bereich des Charts dargestellt, einmal der MACD und einmal der Arun, sind weiter long positioniert. Deswegen können auch Euro-Investoren hier zweifelsohne am Ball bleiben. Und das korrespondiert mit einer weiteren langfristigen Einschätzung, Wenn man nämlich die Kursentwicklung auf Euro-Basis des Goldpreises der letzten Dekade als große Schiebezone interpretiert, macht aus unserer Sicht Sinn, so vorzugehen und zu sagen, die letzten gut zehn Jahre waren eine langgezogene Trading-Range, dann lässt sich perspektivisch eben doch auf mehr hoffen als besagte gut 1.600 Euro. Also aus dem Blickwinkel heraus das Ende der Fahnenstange beim Goldpreis auch auf Euro-Basis noch nicht erreicht. Aber auch unter Risikogesichtspunkten, und das macht es vielleicht besonders schön im Moment, gibt dieser Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Denn die alten Ausbruchsmarken bei 1.400 Euro pro Unze, die sind aus unserer Sicht prädestiniert als Absicherung auf der Unterseite. Denn diese mögliche Stop-Loss-Marke wird zusätzlich untermauert, zusätzlich verstärkt durch die 38-Wochen-Linie bei 1.397 Euro. Und damit hat man ein extrem massives, extrem tragfähiges Unterstützungsbündel, das man eben auch zur Absicherung von Euro-Gold-Engagements heranziehen kann. Liebe Zuschauer, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sondersendung zum Thema Gold. Einmal auf Dollarbasis, einmal aus Sicht des Euro-Investors. In diesen Tagen besonders wichtig, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis nächste Woche. Tschüss aus Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017